Moin liebe Astrofreunde, ja einige von euch haben es ja vielleicht schon mitbekommen. In den sozialen Netzwerken habe ich einfach mal die Frage gestellt, warum betreibst du oder betreibt ihr Astrofotografie? Und zwar habe ich das an insgesamt sechs verschiedenen Stellen gemacht. Das waren drei Facebook-Gruppen, zwei WhatsApp-Gruppen und einmal in dem Community-Bereich von meinem Kanal selbst. In der Umfrage gab es grundsätzlich verschiedene Antwortmöglichkeiten. In der YouTube-Umfrage war es nur möglich, maximal fünf Optionen anzugeben und jeder durfte auch nur eine einzige Option auswählen. Bei Facebook war es so, dass auch jeder selbst Antwortmöglichkeiten noch dazu angeben konnte und dass man auch mehrere Antwortmöglichkeiten anklicken konnte als Einzelperson. Insgesamt kamen 866 Stimmen zusammen, immerhin. Und wenn man bedenkt, dass viele Leute ja auch mehrere Stimmen abgeben konnten, haben vielleicht so drei bis vierhundert Menschen tatsächlich an der Umfrage teilgenommen. Und jetzt seht ihr das Ergebnis. Also Platz 1 bis 3 der wichtigsten Gründe, warum wir oder warum ihr Astrofotografie betreibt. Platz 3, Herausforderung Ja, man sieht halt Bilder von anderen im Internet oder in Zeitschriften und Büchern und denkt sich einfach, ja, ich will das auch mal selber schaffen. Also so würde ich diesen Punkt interpretieren. Platz 2, Spaß Man ist einfach super glücklich, wenn man sich die Mühe macht, damit erfolgreich ist und am Ende wahrscheinlich in erster Linie sich selbst eine Freude mit dem Bild machen kann. Und Platz 1, sehr romantisch, die Schönheit des Universums festhalten und Unsichtbares sichtbar machen. Wohlmöglich haben viele von uns in der visuellen Astronomie angefangen und wollten dann schon bald das Gesehene irgendwie festhalten und schon ist man mit dem Smartphone am Okular zu Gange. Oder vielleicht kommen einige von euch auch aus der Landschafts- oder Porträtfotografie und wollten sich einfach mal in dem Teilbereich Astrofotografie auch mal ausprobieren. Oft startet man mit einfachen Belichtungen im Bereich von wenigen Sekunden und ganz ohne Nachführung und dann haut es einen von den Socken, wenn man sieht, was man mit so einfachen Mitteln schon zu sehen bekommt. Man macht eben Unsichtbares sichtbar und will nach und nach immer mehr. Eine Sache finde ich bei der ganzen Umfrage interessant. Und zwar, warum wurde Ruhm, Ehre und Anerkennung so wenig ausgewählt, wenn noch aber viele von uns ihre Fotos veröffentlichen in mehr oder weniger großen Kreisen? Und ja, warum macht man das? Will man da nicht auch irgendwie ein bisschen Anerkennung dann für die Fotos? Oder will man vielleicht andere mit der Veröffentlichung für dieses ganze Thema Astronomie und Astrofotografie begeistern? Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie auch einfach mal unten in die Kommentare. So, die 866 Stimmen verteilen sich aber nicht nur auf diese drei ersten Plätze. Es blieben bei der Umfrage noch 333 Stimmen übrig. Und ja, das interpretiere ich so, dass offensichtlich die Gründe, warum man Astrofotografie betreibt und warum man dabei bleibt, echt ganz vielschichtig sind. Manche betreiben damit wirklich Astronomie und werten ihre Bilder wissenschaftlich aus, lassen eine Astrometrie drüber laufen oder untersuchen ihre Bilder sogar, ob sie vielleicht Objekte gefunden haben, rein zufällig, die noch nicht registriert sind. Oder vielleicht wollen auch manche ihr eigenes Wissen erweitern und vielleicht auch weitergeben, weil durch bildliche Darstellung verstehen wir Menschen ja erst, was wir da eigentlich vor uns haben. Ich selbst müsste in der Umfrage übrigens im Grunde alle Punkte ankreuzen. Für mich gibt es so viele Gründe, in der Astrofotografie zu bleiben. Man kann sich künstlerisch betätigen, man kann in den Wettbewerb treten und die Bilder zum Beispiel bei Spektrum oder Aport 2 hochladen. Man kann die Bilder astrometrisch auswerten und vielleicht sogar neue Objekte finden. Und man kann natürlich andere mit den Bildern für das Hobby begeistern. Im Endeffekt machen alle genannten Punkte Spaß. Deswegen muss ich sagen, für mich ist Spaß der wichtigste Grund, dieses Hobby zu betreiben. Ich hoffe, ihr fandet dieses kleine Experiment interessant. Viel Erfolg am Nachthimmel und bis zum nächsten Mal. Euer Dennis. Ciao! Vielen Dank!